Juristen sind häufig Spielverderber. Das geht nicht, das geht nicht, das ist problematisch. Aber die eigentliche Frage ist ja, welche Regeln gehen denn und welche Empfehlungen können wir denn aussprechen? Wie können wir denn das Verhalten der Regelunterworfenen besser steuern? Wie können wir denn die sozial erwünschten Verhalten oder umgekehrt die divergenten Verhalten verhindern? Und das sind die eigentlichen Voraussetzungen und zu diesem Punkt kommen viele gar nicht. Und da beginnt eigentlich bei uns erst die Arbeit. Wer jemandem auf offener Straße ins Gesicht boxt, der bekommt es mit der Polizei zu tun. In manchen Sportarten gibt es für solche gezielten Schläge Medaillen. Und möglich ist das, weil Sportorganisationen selbst definieren können, was in ihrer Sportart erlaubt ist und was nicht. Im Sportrecht geht es aber um viel mehr als nur um Sportregeln. Manchmal entstehen durch Fragen aus dem Sport sogar ganz neue Gesetze. Mein Name ist Jan-Henrik Raffler und in dieser Folge spreche ich mit Professor Martin Nolte. Martin Nolte ist der einzige Professor für Sportrecht in Deutschland. Er war kommissarischer Geschäftsführer der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland. Und er ist begeisterter Orientierungsläufer. An der Sporthochschule hier in Köln leitet Professor Martin Nolte das Institut für Sportrecht. Und in dieser Folge spreche ich mit ihm über aktuelle Fälle, an denen er gerade arbeitet. Und darüber, wieso der Sport sich überhaupt selbst Regeln geben und in eigenen Gerichten verhandeln darf. Und so viel darf ich verraten, wir werden Professor Martin Nolte auch persönlich kennenlernen. Denn einige seiner Weggefährten haben uns für diese Folge Fragen an ihn geschickt. Also los geht's. Eine Runde mit Professor Martin Nolte. Hallo Herr Professor Nolte, schön, dass Sie da sind. Sehr gern. Die ersten Sekunden eines Podcasts, die entscheiden ja oft darüber, ob die Hörerinnen und Hörer dranbleiben an einer Podcast-Folge oder auch direkt wieder abschalten. Ein Rechtsthema klingt ja für viele vielleicht erstmal trocken. Wie überzeugen Sie denn die Hörerinnen und Hörer, dran zu bleiben? Also was ist das Faszinierende am Sportrecht? Also ich glaube, gerade wenn es um trockene Themen geht, da muss man viel Wasser mit reinbringen. Und ich könnte mir einen Fall irgendwie zum Beispiel aus dem Wassersport vorstellen. Also man fährt irgendwie durchs Naturschutzgebiet, durch Schilfgürtel und da steht dann ein Schild und da steht Kanufahren verboten. Und ich verstoße dagegen, kriege dann einen Bußgeldbescheid und dagegen gehe ich vor und schon bin ich im Rechtsstreit. Und das ist dann zum Beispiel ein Fall aus dem praktischen Leben. Spätestens jetzt weiß man, das ist nicht trocken. Das wird hier schön humorvoll und praktisch, so wie das bei Ihnen auch in der Lehre zugeht. Da kommen wir später noch zu. Machen wir direkt mal praktisch weiter. Im Boxen ist es erlaubt, jemand anders voll auf die Nase zu hauen. Das ist sogar gut, da kriegt man Punkte. Im wahren Leben wird man dafür bestraft, weil es natürlich auch total gefährlich ist. Auf welcher Grundlage macht Sportrecht denn sowas möglich, dass man beim Boxen dem Gegner einfach die Nase blutig schlagen darf? Also das kann man unterschiedlich begründen, aber grundsätzlich willigt ja der Geschlagene ein in so sportbedingte Verletzungsfolgen, die durch regelkonformes Verhalten passiert sind. Etwas anderes wäre es, wenn der Boxer dem anderen einen Teil vom Ohrläppchen abbeißen würde. Hat es ja auch schon gegeben. Das hat es gegeben, genau. Das ist dann natürlich nicht mehr von der Einwilligung gedeckt. Difficiler wird es, und das ist ein Fall, der gerade in Köln auch vor zwei Jahren entschieden worden ist. Wie wäre es denn, wenn der Boxer Testosteron vollgepumpt ist und den Gegner so verprügelt, dass der auch Schläge kassiert, die er vorher nicht kassiert hätte, wenn der nicht vollgepumpt gewesen wäre mit Testosteron. Das ist ein Fall, der entschieden worden ist. Und da sagt man, also die darüber hinaus gehen in Schläge. Die sind dann nicht mehr von der Einwilligung gedeckt, weil der andere ja nicht davon ausgehen kann, dass der geduppt war. Wenn man mit Studierenden spricht, die ihre Vorlesungen zum Sportrecht besucht haben, dann gibt es eine Grundlage des Sportrechts, die wahrscheinlich alle der Studierenden aus dem FF beantworten können, wenn man sie nachts irgendwie um vier Uhr weckt. Dann beten die das vor. Es geht um das Zwei-Säulen-Modell. Vielleicht erklären Sie mal jetzt für jemanden, der nicht bei Ihnen die Vorlesungen besucht hat, was genau das ist und warum das so entscheidend ist für das Sportrecht. Genau, wenn man alles vergisst, auch nach Karneval nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann muss man sich am Zwei-Säulen-System festhalten können. Und zwei Säulen bedeutet, auf der ersten Säule besteht aus den Regelwerken der Sportorganisationen. Das sind so selbstgesetzte Vorschriften, die ja nicht vom Staat her rühren oder von Staatengemeinschaften. Das ist so das Sportrecht im engeren Sinne. Und das ist das, was wir hier eigentlich so als Grundlage auch bezeichnen. Spielregeln, Transferbestimmungen, Anti-Doping-Bestimmungen, Anti-Manipulationsbestimmungen. Und auf der zweiten Ebene oder die zweite Säule besteht dann aus den sportrelevanten Normen des staatlichen Rechts. Dazu zählen dann zum Beispiel vereinsrechtliche Bestimmungen, baurechtliche Bestimmungen, Kartellrecht, Arbeitsrecht. Also Bestimmungen, die vom Staat her rühren und die auch auf den Sport Anwendungen finden, weil der Sport ist kein Staat im Staat, also bewegt sich nicht außerhalb staatlicher Rechtsordnung, sondern wenn man jemanden zum Beispiel bei der Leichtathletik ummäht, also Box tot schlägt möglicherweise, dann begeht man damit natürlich auch einen Totschlag nach staatlichem Recht. Das heißt also, diese zweite Säule des Sportrechts ist quasi so ein bisschen so ein Rahmen für das, was sich Sportorganisationen selbst als Regeln setzen können? Also sowohl als auch, also Rahmen sehr schön, ja. Das ist quasi, genau, das ist der Bilderrahmen, in dem halt die Sportorganisationen in freier Autonomie ihre eigenen Regeln setzen. Aber jetzt kommt's, der Rahmen zeichnet sich ja dadurch aus, dass er auch begrenzt die Regelgebung, also den Rahmen bildet. Und es gibt natürlich Regeln, die da möglicherweise über den Rahmen hinausgehen und die dann unzulässig sind. Also wo man sagt, nee, das dürfen die Sportorganisationen nicht regeln. Gibt's da vielleicht noch ein Beispiel, also quasi wo endet diese Freiheit, sich eigene Regeln setzen zu können oder geben zu können? Ein Beispiel hatten wir ja gerade in der Leichtathletik, wenn da jetzt jemand einfach jemanden umhaut, das geht nicht. Gibt's noch andere Beispiele aus der Praxis? Ja, nehmen wir die Olympischen Spiele der Antike, da war zum Beispiel Pankration, Allkampf, ne. Das war so eine Kombination aus verschiedenen Kampfsportarten. Und bei dem Ziel ging es natürlich darum, den Gegner K.O. zu schlagen. Und die Möglichkeit, den Sieg zu erringen, ging auch über den Tod des Gegners. Und das wäre mit jetzt, also so eine Regel, wenn wir die in das heutige Recht dann transferieren würden, würde nicht mit der Menschenwürde vereinbar sein. Weil da der Einzelne dann als bloßes Objekt degradiert würde. Und so etwas würde dann die Grenzen staatlichen Rechts überschreiten und unzulässig sein. Aber es gibt natürlich viel, viel subtilere Beispiele, wo wir Grenzdehung durch das staatliche Recht haben. Ich sage nur 50 plus 1 Regel oder zentrale Vermarktung von Fernsehrechten, Anti-Doping-Bestimmungen. All das sind so Beispiele, wo immer stärker auch das staatliche Recht korrigierend eingreift und auch vermehrt es Rechtsstreitigkeiten kommt. Also das Sportrecht so ein bisschen jetzt wissenschaftlich sich im Aufwind befindet. An Ihrem Institut hier an der Sporthochschule, das ist ja glaube ich das deutschlandweit einzige Institut, für Sportrecht. Da beschäftigen Sie sich ja genau damit, also quasi mit diesen Wechselwirkungen zwischen Sportregeln und Rechtsnormen oder auch mit dem Verhältnis zwischen Sportgerichten und staatlichen Gerichten. Wie kann man sich denn diese eigene Rechtsprechung im Sport genau vorstellen? Also den KAS, den kennen glaube ich viele, also den Internationalen Sportgerichtshof. Aber der ist ja eher ganz am Ende quasi der Kette. Wie geht man denn als Athletin oder als Athlet vor, wenn man eine Sportregel hinterfragen oder überprüfen möchte? Also wenn man sich die ganzen Streitbeilegungsinstanzen oder Schlichtungsinstanzen von Anfang an mal so vor Augen führt, dann ist ja zunächst mal derjenige Kampfrichter, Spielrichter oder Schiedsrichter auf dem Platz, derjenige, der als erstes das Spiel leitet, die Entscheidung trifft, auf der Grundlage der Sportregeln auslegt, anwendet. Und das ist so die erste Instanz. Und dann gibt es ja den Bericht vom Kampfrichter. Dann kann man aber natürlich versuchen, diese Entscheidung dann am grünen Tisch dann irgendwie zu korrigieren. Und dann gibt es diese Verbandsgerichte, Vereinsgerichte, die haben unterschiedliche Namen, die kann man dann anrufen. Also beim Deutschen Fußballbund wäre es zum Beispiel das Sportgericht mit Sitz in Frankfurt. Was man dann anrufen kann, was dann immer angerufen wird, auch beispielsweise, wenn roten Karten am Wochenende im Bundesliga-Alltag ausgedrungen werden. Dann geht es dann um die Frage etwa, wie viel Sperre bekommt man und geht man dagegen vor. Und wenn man diese sogenannte Eingangs- oder erste Instanz der Verbandsgerichte, die würden ja zusammengesetzt als Funktionären des Sports, durchschritten hat, dann gibt es meistens noch eine zweite Instanz. Das wäre dann beim Deutschen Fußballbund beispielsweise das DFB-Bundesgericht. Hört sich ja auch schon sehr staatlich an, aber ist völlig im privaten Bereich. Und wenn man dann gegen diese Entscheidung vorgehen möchte, dann landet man beispielsweise beim Internationalen Sportgerichtshof. Und dann gibt es in Deutschland noch das Deutsche Sportschiedsgericht. Das sind aber auch alles private, also von den Sportorganisationen her rührende Instanzen, die nichts mit den staatlichen Gerichten zu tun haben. Aber da man einen Rechtsschutz hat, auch vor staatlichen Gerichten, gibt es schon auch Möglichkeiten, diese sportverbandlichen Instanzen dann und die Entscheidung dort vor staatlichen Gerichten zu überprüfen. Aber normalerweise sagen die staatlichen Gerichte, wir nehmen den Rechtsstreit erst an, wenn du den sportverbandlichen Instanzen so komplett durchschritten hast. Also das soll erst mal zu einer Streitbeilegung in Autonomie führen. Und erst wenn dort kein Erfolg ist, dann soll man auch noch mal staatliche Gerichten anrufen können, wobei die dann den Rechtsstreit nicht mehr im vollen Umfang überprüfen, sondern beispielsweise nur Verfahrensfehler, Rechtsanwendungsfehler. Man spricht hier auch von den, ob die Entscheidungen nachher den grundsätzlichen staatlichen Rechts noch entsprechen. Das sind so äußere Überprüfungsmöglichkeiten, die man noch vor staatlichen Gerichten hat. Jetzt hatten wir gerade das Beispiel mit roten Karten in der Bundesliga, was ja ziemlich häufig vorkommt, wo es dann darum geht, wird dem Spieler ein Spiel gesperrt, zwei oder sogar drei oder mehr. Manchmal gibt es ja auch Fälle, die superkomplex sind. Wenn man jetzt an den Fall der intersexuellen Mittelstreckenläuferin Kasta Semenya denkt, aus Südafrika, ist das ja was, was superkomplex ist. Ich würde es trotzdem gerne einmal kurz aufgreifen. Vielleicht ist das ja ein gutes Beispiel, um diesen komplexen Prozess mal einmal nachzuvollziehen, weil das Thema ist ja immer noch aktuell, obwohl es ja eigentlich schon ganz lange besteht, dieser Fall. Können Sie uns diesen Fall mal aus sportrechtlicher Perspektive schildern? Sie haben ja Kasta Semenya 2009 auch schon live erlebt bei der WM. Bei der WM in Berlin 2009 stand ich unten an der Ziellinie und da flog sie vorbei. Und ich habe gedacht, das seien ja so zwei unterschiedliche Wettkämpfe, die hier stattfinden würden. Ich glaube, sie ist die 800 Meter in 1,55 Grad und kam fünf Sekunden vor dem übrigen Feld ins Ziel. Das war also phänomenal. Aber auch schon natürlich ganz vom Laufstil, von der Art her, ähnelte es fast eher einem gemischten Wettkampf zwischen Frauen und Männern. Und diese Kasta Semenya wurde nach diesem phänomenalen Sieg, weil Zweifel an ihrer Geschlechtszugehörigkeit bestanden, auch von dem Internationalen Leichtleitungsverband untersucht. Sowohl biologisch als auch befragt. Sie ist bei den Frauen mitgelaufen? Bei den Frauen mitgelaufen und hatte dort gewonnen, also mit riesigem Abstand. Und dann bestanden Zweifel daran, dass sie in Anführungsstrichen zu 100% Frau ist. Also auch männliche Geschlechtsanteile in sich trägt und dadurch einen Wettbewerbsvorteil hat, weil sie halt natürlicherweise einen höheren Testosteron-Gehalt produziert. Und ja, das führte dann zu einer riesigen Herausforderung bei dem Internationalen Leichtleitungsverband, der nämlich sich fragen musste, wie schaffe ich eine relative Chancengleichheit? Relative Chancengleichheit haben wir ja sowieso, weil auch die Einteilung in Männer- und Frauenwettkämpfen für sich genommen zwar auf einem natürlichen Leistungsunterschied im Allgemeinen beruht, aber es natürlich auch zwischen verschiedenen Männern und zwischen verschiedenen Frauen wiederum Leistungsunterschiede gibt. Und hier hatte man dann angeknüpft an das Geschlecht, wobei diese Geschlechtsdifferenzierung, die, ich glaube, daran bestehen, eigentlich keine ernsthaften Zweifel, dass das erlaubt ist, also Männer und Frauen überhaupt voneinander zu unterscheiden bei Wettkämpfen. Aber die Frage, die sich dann entzündete, ist, ab wann darf denn jemand bei Männerwettkämpfen und vor allen Dingen bei Frauenwettkämpfen starten? Das ist eigentlich die Frage. Es ging nicht um die Frage, ist es eine Frau oder ist es ein Mann? Darum ging es nicht. Das ist ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, weil das ist ethisch-moralisch natürlich auch eine ganz andere Frage noch, die sich damit verbindet, philosophisch auch. Es ging nur um die Staatberechtigung von einer Person. Und in der Folge entwickelte dann der Leichtathletikverband verschiedene Vorschriften, Verfahrensbestimmungen, wonach dann jemand unter bestimmten Voraussetzungen bei Frauenwettkämpfen starten darf. Und am Anfang stand dann eine Lösung, dass man sich beispielsweise einer Operation unterzieht oder Medikamente einnimmt, also so ein negatives Doping betreibt, im Grunde genommen die Leistungsfähigkeit zu senken, um dann an Frauenwettkämpfen starten zu dürfen. Das war natürlich höchst umstritten. Können Sie sich vorstellen, was da passiert ist? Dass natürlich Casta Semenya mit anwaltlicher Unterstützung zum Internationalen Sportgerichtshof gegangen ist und gesagt hat, nein, das würde sie diskriminieren. Und nicht nur sie, sondern es gab auch noch andere Sportlerinnen, die vor allen Dingen aus dem afrikanischen und indischen Bereich kommen, die nämlich genau diese Doppelgeschlechtlichkeit auch haben. Das ist genetisch bedingt in diesen Ländern, kommt das häufiger vor. 2016 hatten wir dann bei den Olympischen Spielen in Rio einen 800-Meter-Wettkampf, wo drei doppelgeschlechtliche Frauen vor dem Feld auch ins Ziel stürmten. Also das ist keine ausgestandene Problematik, weil nämlich infolge dieses Rechtsstreit der Leichtathletikverband dann auch verurteilt wurde, seine Regeln doch auszudifferenzieren. Es sei beispielsweise nicht zulässig, nur an den Testosterongehalt anzuknüpfen. Man müsse dann auch mehr Kriterien zugrunde legen. Und diese Verpflichtung, die sich dann im Grunde genommen aus dem Diskriminierungsverbot ergab, führte dann ständig auch zu Regelanpassungen bei dem Leichtathletikverband. Aber endgültig ausgetragen ist dieser Streit noch immer nicht. Es gibt ganz viele aktuelle Fälle. Caster Semenya haben wir ja zum Beispiel schon angesprochen. Im Vorgespräch haben Sie mir noch einen anderen Fall erzählt, in dem Sie auch involviert sind, der ganz aktuell ist. Da haben Sie ein Gutachten geschrieben zu einem Dopingfall bei einem Fußballprofi des HSV, der Zweitbundesligist. Können Sie den vielleicht kurz beschreiben, worum es da geht? Ja, es ging um einen kroatischen Spieler Vuskovic, der Ende vergangenen Jahres, also 2022, positiv getestet wurde auf EPO und daraufhin erst vorläufig suspendiert wurde und vor wenigen Wochen vom DFB-Sportgericht für zwei Jahre gesperrt wurde aufgrund dieser positiven Dopingprobe. Allerdings, und das war die Schwierigkeit in dem Fall, sehen die internationalen Anti-Doping-Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur, die durch den nationalen Anti-Doping-Code in Deutschland umgesetzt sind und die im Übrigen, und das ist das Spannende, vom DFB so auch transformiert worden sind in die eigenen Regelwerke, eine zwingende Sperre von vier Jahren vor. Also doppelt so lange? Vier Jahre. Aber das DFB-Sportgericht ist zu der Entscheidung gekommen, nur zwei Jahre. Okay. Genau. Das könnt ihr doch nicht einfach sagen, oder? Und das war halt der Anlass auch für das Rechtsgutachten, was ich geschrieben habe, im Auftrag der nationalen Anti-Doping-Agentur, weil natürlich das ein Widerspruch ist zwischen den Regeln und dem, was die Entscheidung war. Begründet wurde die Entscheidung damit, mit einem klaren Ja-Aber, dass man gesagt hat, ja, ein Doping-Verstoß liegt vor, aber, aber es handelt sich ja um einen Profispieler, der viel Geld verdient und dort wäre eine lange Sperre besonders hart. Ja, da würde man erstmal schlucken und würde sich fragen, hm, wie ist es denn jetzt bei anderen Sportlern? Ein Torstag-Argument, da kann ja jeder andere auch kommen. Ja, vor allen Dingen würden sich dann Sportler fragen, die nicht so viel Geld verdienen, aber die könnten dann ja vier Jahre gesperrt werden. Also das wäre, das war schon ein Argument, was etwas speziell war. Ein anderer Argument war, er sei erst 21 und unerfahren und deswegen könne man ihnen jetzt auch nicht die Karriere für die Zukunft verbauen. Ich habe mich in meinem Gutachten gar nicht mit diesen Einzelheiten des DFB-Sportgerichts auseinandergesetzt, sondern mit der grundsätzlichen Frage, und darauf lief nachher auch die Entscheidung vom DFB hinaus, ist es überhaupt mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, vereinbar, und da sind wir wieder bei der Grenze staatlichen Rechts, mit der Berufsfreiheit auch dieses Fußballspielers, dass wir beim Erstvergehen eine vierjährige Sperre hier im Doping-Code haben. Oder sagen wir, diese Regel, die von den Sportorganisationen ja hier umgesetzt ist und ins eigene Regelwerk übernommen wurde, überschreitet die Grenze dessen, was die staatliche Berufsfreiheit grundgesetzlich geschützt hier einfach erlaubt, an Maximalsperre beim Erstvergehen. Es gibt nämlich aus dem Jahre 96, das ist ganz spannend, damals eine Entscheidung, die Katrin-Krabbe-Entscheidung. Ich weiß nicht, das wird unseren jüngeren Jüngern... Sagt mir ehrlicherweise auch nichts. Katrin Krabbe war tatsächlich mal, Deutschland hatte mal eine Weltmeisterin im 100- und 200-Meter-Lauf. Das ist lange, lange her, aber das war in den 90er-Jahren. Katrin Krabbe war 100- und 200-Meter-Weltmeisterin und die wurde auch positiv getestet. Damals Testosteron, das war Kleinbuterol, das ist ein Anabolikum zur Schweinemast und hat ihr auch schnelle Beine gemacht, positiv getestet, wurde dann für drei Jahre gesperrt. Und da hat damals das Oberlandesgericht München im Jahre 96 gesagt, eine mehr als zweijährige Sperre wäre unverhältnismäßig. Und ihr einen Schadenersatzanspruch zugesprochen in sechsstelliger Höhe. Das hatte damals fast zur Konsequenz, dass der Leitleitigverband in die Insolvenz rutschte, weil diese Schadenersatzzahlung seinerzeit einmalig war. Und auf diese Entscheidung hat sich das DFB-Sportgericht berufen und hat gesagt, ja, 96 gab es doch mal eine Entscheidung in Deutschland. Und da wurde gesagt, mehr als zweijährige Sperre unverhältnismäßig. Und das sehen wir genauso. Aber ja, also ich könnte dazu noch einiges sagen. Genau, wir merken schon, das ist genau Ihr Forschungsschwerpunkt ja auch. Also sportrechtliche Fragen zum Doping oder auch vor allem zur Anti-Doping-Arbeit. Sie leiten ja unter anderem auch ganz aktuell die Kommission Recht der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland. Wo genau ist denn eigentlich das Doping in diesem Zwei-Säulen-System, von dem wir gerade gesprochen haben, wo ist das überhaupt verankert im Sportrecht? In beiden Säulen. Das ist das Spannende. Und das macht auch die Spannung aus. Denn die erste Säule nochmal, Regelwerke der Sportorganisationen, dazu zählen ja alle privat gesetzten Vorschriften. Und das wäre der Welt-Anti-Doping-Code, der National-Anti-Doping-Code. Die rühren ja nicht von staatlichen Organisationen her, sondern die Welt-Anti-Doping-Agentur und die National-Anti-Doping-Agentur sind Stiftungen, private Stiftungen. Und die machen Vorschläge, wie international diese Regeln auszusehen haben. Und alle Sportorganisationen weltweit haben dann diese Regeln inkorporiert. Und das sind aber private Vorschriften, Anti-Doping-Regeln. Und da haben wir ein ausdifferenziertes Regelwerk. Mittlerweile, wenn man sich die Regeln im Kern vorstellt, die Richtlinien, die es dazu gibt, dann kommt man wahrscheinlich auf 1,50 Meter Breite. Das ist gigantisch, die Anti-Doping-Regeln. Also unglaublich viel. Hier an der Deutschen Sporthochschule haben wir im Übrigen ein weltweit mitführendes Doping-Forschungsinstitut, was von Mario Thewes geleitet wird. Unser erster Gast im Podcast, eine Runde mit. Absolut. Und der natürlich auch diesen Richtlinien und Vorschriften unterliegt und auch stöhnt. Und ab und zu gehen wir dann hier um den Campus und da muss er dann halt auch mal Dampf ablassen, weil es natürlich schon sehr strangulierend ist. Also nicht vergnügungssteuerpflichtig dann, insbesondere für Naturwissenschaftler. Aber das ist die Realität. Auf der einen Seite, in der ersten Säule des Sportrechts, gibt es diese ganzen vielen Vorschriften. So. Aber im Laufe der Zeit haben die Staaten und Staatengemeinschaften festgestellt, okay, möglicherweise ist der Sport doch überfordert mit der Doping-Problematik. festgestellt, dass gerade um den Sportler herum, was den Dopingmittelhandel, also zum Beispiel die ganzen mafiösen Strukturen, also die auch italienische Mafia, die zunehmend auch Drogenhandel umstellt auf Dopingmittelhandel, weil es viel lukrativer ist, also viele nicht regelgebundene Personen involviert sind in diese Doping-Verstrickungen. Und dadurch haben die Staaten gesagt, wir müssen auch was tun gegen Doping. Haben am Anfang in Deutschland, jedenfalls in den 90er Jahren, erst das Umfeld der Sportler in den Blick genommen, also Trainer, Masseure, Ärzte, Dopingmittelhändler. Und dann mit dem Erlass des Anti-Doping-Gesetzes, das war dann im Jahre 2015, erstmals in Deutschland ein eigenständiges Gesetz gegen Doping im Sport erlassen, wonach im Übrigen jetzt auch Selbstdoping des Spitzen- und Berufssportlers unter Strafe verboten wird. Mehr kann der Staat nicht tun. Das ist ein strafrechtliches Ultima Ratio im System normativer Sozialkontrolle. Das bedeutet, das ist das letzte Mittel, mit dem der Staat überhaupt vorgehen kann und Verhalten steuern kann. Also Doping, nicht nur eine Frage des nationalen Anti-Doping-Codes, erste Säule des Sportrechts, sondern auch staatlichen Rechts, zweite Säule, Anti-Doping-Gesetz. Dieser nationale Anti-Doping-Code, erste Säule, der regelt ja bei uns in Deutschland die Bestimmungen im Bereich Anti-Doping, legt also Sanktionen fest, haben wir jetzt gehört. Dazu hört man ja auch ziemlich oft Kritik. Klar, die einen sagen, Anti-Doping-Regeln sind zu hart, manche sagen, die sind zu schwach. Sie haben ja diesen nationalen Anti-Doping-Code wissenschaftlich evaluiert, also auch systematisch beschrieben und bewertet. Was ist denn dabei herausgekommen? Das ist eine ganz spannende Untersuchung gewesen, die wir jetzt zweimal hintereinander durchgeführt haben, nämlich gefragt, wie wirkt denn der nationalen Anti-Doping-Code auf das Verhalten der regelunterworfenen Personen, also der Athleten? Also steuert der deren Verhalten? Also mit anderen Worten, halten sich die Sportler an die Regeln? Und wir haben in Deutschland alle, alle Sportler, alle Kaderathleten, das sind insgesamt 8000, angeschrieben und fast 1000 Rückmeldungen bekommen. Also eine durchaus repräsentative Zahl, vergleichbare Studien gibt es weltweit bisher nicht, wo wir durch ein differenziertes Fragensystem in verschiedenen Blöcken Abschnitte verschiedene Aspekte untersucht haben. Erstens war es die Frage, verstehen die Sportler überhaupt die Regeln? Denn das ist die Voraussetzung hier dafür, dass man sich überhaupt daran hält. Also wenn man das Steuersystem in Deutschland, wenn man sich die Steuervorschriften, wenn man die abfragen würde bei der Bevölkerung, würde man feststellen, wahrscheinlich 75 Prozent verstehen die Steuern gar nicht. Wie sollen sie sich daran halten? Also das ist eine spannende Frage gewesen, bei der wir allerdings zum Ergebnis kamen, dass die deutschen Sportler hervorragende Kenntnisse haben, Verständnisse haben von den Vorschriften. Bei einigen Vorschriften gibt es vielleicht Optimierungsbedarf, aber insgesamt ist der Kenntnisgrad ziemlich hoch. Das hat auch wiederum nachvollziehbare Gründe. Die Nationale Antidopingagentur leistet eine relativ starke, eine sehr, sehr gute Informationsarbeit. Schulungen werden durchgeführt, es gibt Informationsmaterialien. Und dann kommt natürlich auch, es ist eine positive Auslese natürlich, die Spitzensportler, die ein hohes Interesse daran haben, auch die Regeln zu verstehen. Dann gab es noch weitere Blöcke, nämlich die Frage etwa, wie schätzen die Athleten das Verhalten ihrer Konkurrenten ein? Also nicht nur der nationalen Konkurrenz, sondern der internationalen. Und da ging natürlich dann die Schere auseinander, insbesondere, wenn es dann um Eindrücke ging, etwa nach dem Doping-Skandal in Russland. Da sieht man dann deutliches Misstrauen. Man kann sagen, im Grunde genommen, je weiter ein Konkurrent von dem unmittelbaren Trainingsumfeld der Sportler entfernt ist, desto größer wird das Misstrauen. Und dann gab es noch weitere Fragen, etwa zu Optimierungsbedarfen in dem Anti-Doping-Code und, und, und. Also wir haben diese, ich sag mal, Befragung, Selbstbefragung der Athleten im zweiten Schritt dann verglichen mit statistischen Informationen über durchgeführte Doping-Kontrollen, über positive Proben und haben bei alledem dann festgestellt, dass es eine auffällige Korrelation gibt zwischen dem hohen Verständnisgrad der Athleten, den Eigenaussagen und den in Deutschland jedenfalls relativ geringen Anzahl von positiven Proben. Und das lässt jetzt keinen Rückschluss darauf ziehen, dass es jedenfalls bezogen auf deutsche Athleten eine riesige Grau- oder Dunkelziffer gibt von Doping-Sündern. Das ist etwas anderes, als bisherige Untersuchungen ja immer wieder vermuten ließen, dass wir eine riesige Anzahl von Grau- und Dunkelziffer haben im Doping-Bereich. Das mag sicherlich auch genährt sein durch die Eindrücke und Erfahrungen ausländischer Konkurrenz, auf jeden Fall. Das haben wir, von ausländischen Sportlern gibt es das. Bezogen auf deutsche Athleten konnten wir das nicht nachweisen. Ich sage immer, es wäre schön, wenn sich die Straßenverkehrsteilnehmer in Deutschland so an die Straßenverkehrsordnung hielten, wie die Sportlern die Anti-Doping-Regeln in Deutschland jedenfalls. Sie arbeiten im Bereich des Anti-Dopings ja seit Jahren eng mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur zusammen, der NADA. Die koordiniert ja unter anderem die Doping-Kontrollen hier in Deutschland und setzt natürlich auch Präventionsmaßnahmen um. Und aus dem Vorstand der NADA hat uns eine Frage erreicht, und zwar von Dr. Lars Mordsiefer. Lieber Martin, ich freue mich, heute einer der Überraschungsgäste der aktuellen Podcast-Folge zu sein. Und wir kennen uns ja jetzt schon über 15 Jahre. Du leitest ja nicht nur die Kommission Recht der NADA, sondern gemeinsam haben wir im Jahre 2011 ja auch schon mal für ein paar Monate die Geschäftsführung der NADA übernommen. Und in den Jahren auch viel erlebt. Ich erinnere mich unter anderem noch an ein sportliches Highlight bei dem Orientierungslauf in der Eifel 2017, dass sogar der ein oder andere deiner Studierenden hinterher mit dem Bus nach Hause gefahren ist. Aber als ehemaliger Sportler und Rechtswissenschaftler hast du die Arbeit der NADA ja immer begleitet und unterstützt. Deshalb meine Frage, wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung der Anti-Doping-Arbeit in Deutschland und international? Danke. Ja, also das ist ja schön, dass der Lars Morzifer hier jetzt im O-Ton zu hören war. Freut mich besonders, ja. Und ich erinnere mich auch an den neuen Tourierungslauf 2017. Das war im Übrigen Deutsche Hochschulmeisterschaften, die ich mit dem Institut für Sportrecht ausgerichtet hatte und tolle Unterstützung fand von vielen Studierenden auch hier, die sich freiwillig meldeten, bevor sie dann im Wald verschwanden. Vielleicht ganz kurz erklären, was ist Orientierungslauf, für die, die es nicht wissen? Orientierungslauf ist gründegenommen Laufen mit Karte und Kompass, kommt im Startauernblick im Wald, eine Karte, Spezialkarten, Maßstab 1 zu 10, 1 zu 15.000, wo ein Postennetz eingezeichnet ist, dass man in einer angegebenen Reihenfolge anzulaufen hat. Und der Thrill beim Orientierungslauf besteht darin, dass man halt nicht irgendwie Vorbereitungssalient hat, sondern es geht los, man läuft, man rennt, man orientiert beim Laufen und läuft dann auch über Stock und Stein, das heißt, köffelt ein durch Sümpfe und hoch und runter und ist eine Sportart, die aus Skandinavien kommt, aber verbreitet in ganz Europa ist, in der Schweiz. Dieses Jahr gerade die Weltmeisterschaften stattfinden, 2023 in Flims, in 1.500 Meter Höhe. Und parallel dazu auch ein 6-Tage-Orientierungslauf stattfindet, an dem ich dann auch teilnehmen darf, so als Humpelfuß dann in der Klasse mehr nach 55 bis 60. Aber viele, viele Freunde von damals, gegen die ich schon damals in der Junioren-Nationalmannschaft gelaufen bin, aus den 80er Jahren immer noch am Start stehen, in derselben Klasse wie ich. Und jetzt zum Beispiel in meiner Altersklasse über fast 200 Teilnehmer sind. Und ja, das ist so eine Lifelong-Sportart, die man betreibt und die ich jetzt seit meinem sechsten Lebensjahr auch schon betreibe. Können wir gerne am Ende der Folge auch nochmal ausführlich drüber sprechen. Vielleicht kommt auch nochmal eine Frage nämlich dazu. Vielleicht erst nochmal ganz kurz zu der Frage von Lars Mautziefer, also quasi wie Sie die aktuelle Entwicklung der Anti-Doping-Arbeit sehen. Er wollte, glaube ich, wissen, zum einen in Deutschland, aber auch international. Ja, also gehen wir mal von Deutschland aus. Die Nationale Anti-Doping-Agentur ist ja 2004 gegründet worden als Stiftung. Und gerade in der Anfangszeit gab es große Schwierigkeiten. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass vieles neu war. Der Nationale Anti-Doping-Code, die Umsetzung, die damit verbundenen Anforderungen, Meldepflichten und, und, und. Hinzu kam eine relativ moderate Ausstattung der Nationalen Anti-Doping-Agentur, also sowohl finanziell als personell. Und das führte dann zu Schwierigkeiten. Die ersten Jahre waren also geprägt auch durch personelle Umbrüche, Streitigkeiten und, und, und. Und das dauerte so fünf Jahre etwa, bis dann wir, ja, ich kam dann 2009 zur Nationalen Anti-Doping-Agentur und da war dann Lars Mordsleyfeld auch schon da. Und zu der Zeit ging es dann, würde man sagen, so langsam mit der Professionalisierung los. Und seit dieser Zeit haben sich die verschiedenen Säulen in der Nationalen Anti-Doping-Agentur, also was so Medizinrecht, Prävention und Repression angeht, also kontinuierlich verbessert, professionalisiert und sind enorm gewachsen. Also in jeder Hinsicht, also nicht nur, ich sag mal, inhaltlich personell oder vom Gewicht her der Person, sondern vor allen Dingen auch von der Qualität der Arbeit. Und wenn ich mich erinnere, ganz am Anfang war die Nationalen Anti-Doping-Agentur, glaube ich, mit fünf Leuten ausgestattet. Mittlerweile sind sie über 50. Das zeigt, was alleine schon in Deutschland an Arbeit geleistet wird. Und ich sehe im Übrigen die Arbeit der Nationalen Anti-Doping-Agentur nicht alleine darin, dass man nur leistet Arbeit, dass man Spitzensport davon überzeugt, nicht zu dopen. Sondern darüber hinaus hat natürlich die Arbeit auch eine, ich sag mal, allgemein regelbildende Funktion, was die Regelbewahrung angeht, Fair Play, Chancengleichheit, also Grundwerte des Sports damit verbunden sind, für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs geleistet werden. Und damit ein Pacemaker ist in der gesamten Diskussion zum Schutze der Integrität des Sports. Also viel weiter, als man vielleicht am Anfang dachte, es geht hier nur um die Verhinderung der Einnahme verbotener Substanzen. Sondern es ist im Grunde genommen mittlerweile nicht nur das Zentrum, kann man sagen, der Dopingbekämpfung in Deutschland, sondern auch, ich würde schon einen Schritt weiter gehen, des Schutzes der Integrität des sportlichen Wettbewerbs. Und damit haben wir vielleicht eine Ausgangsbasis geschaffen, vielleicht kommen wir nachher auf die Themen noch zu sprechen, dass auch andere Themen, Integritätsthemen, die momentan sehr en vogue sind, möglicherweise auf der Grundlage der Nationalen Anti-Doping-Agenturen eine größere Einrichtung nachher eingebunden werden, wo die Basis, die nationale Anti-Doping-Agentur ist, die Arbeit, aber noch andere Themen dann mitbehandelt werden, in anderen Abteilungen beispielsweise. Und in dem Maße, in dem sich die nationale Anti-Doping-Agentur entwickelte, ein Jahr zuvor wurde die Welt-Anti-Doping-Agentur eingerichtet, mit Sitz in Toronto. Und kann man sagen, dass auch weltweit natürlich die Anti-Doping-Arbeit einen riesigen Sprung gemacht hat, in den letzten 20 Jahren entwickelte und das sieht man alleine an den Regelwerken, die gewachsen sind und die internationale Zusammenarbeit sowohl in Europa als auch weltweit sich verstärkt hat. Aber man muss natürlich bei alledem immer noch kritisch sehen, dass es auch gewisse weiße Löcher gibt in der Anti-Doping-Arbeit. Also Flecken dieser Erde, bei denen die Anti-Doping-Arbeit noch nicht so gut angekommen ist, um das mal vorsichtig zu sein als Rechtswissenschaftler, können wir auch sagen, es keine Anti-Doping-Arbeit gibt. Gerade auch im Bereich der Analyse von Doping-Progen hat sich in den letzten Jahren ja viel getan. Sie haben ihn eben schon angesprochen, Professor Mario Thewes. Er ist ja hier an der Sporthochschule der Fachmann für die biochemische Seite der Anti-Doping-Arbeit. Und er hat eine Frage an Sie. Hallo Martin. Dein Engagement in der nationalen wie internationalen Anti-Doping-Arbeit hat sich bereits vielfach als von enormem Mehrwert bewiesen. Deine umfangreichen Fachkenntnisse sind unbestritten. Und nun habe ich unlängst erfahren, dass du auch höchstpersönlich an vorderster Front der Doping-Kontrolle aktiv warst. Daraus resultiert natürlich unmeigerlich meine Frage an dich. Als ambitionierter und durchaus erfolgreicher Sportler hättest du meines Erachtens nach schon längst auch selbst einer Doping-Kontrolle unterzogen werden müssen. Ist das jemals geschehen? Und unabhängig davon, ob du hier mit Ja oder Nein antwortest, welche Rolle war bzw. wäre dir lieber testen oder getestet werden? Ich bin gespannt. Viele Grüße, Mario. Vielleicht bevor Sie darauf antworten, Herr Professor Thewes sagte, dass Sie kürzlich an vorderster Front bei der Doping-Kontrolle aktiv waren. Da mussten Sie ein bisschen lachen. Warum? Was hat es damit auf sich? Ja, ich musste deswegen lachen, weil ich im Urlaub in Estland bei den Europameisterschaften im Montürungslauf zugesehen hatte. Das war so im tiefsten Estland irgendwo in der Pampa. Und ich bin dort auch in Rahmenwettbewerben mitgelaufen, aber irgendwie, ehe ich es mich versah, hatte ich auf einmal so ein Leibchen an. Da stand dann Anti-Doping drauf, weil die halt noch jemanden suchten, der irgendwie viel Zeit hat und ganz lange noch mit den Siegern ausharren kann. Weil man muss ja warten, bis die dann Pipi machen können. Und das kann ja mitunter lange dauern. Und ich musste deswegen so lachen, weil ich mit dem Europameister bis abends spät um halb neun, wir waren die einzigen, die noch auf der Zielwiese waren. Es waren alle weggefahren und wir waren noch dabei und haben uns die ganze Zeit dann unterhalten über irgendwelche Orientierungsläufe in Lappland. Und keine Ahnung, es sind Schwede gewesen, ja. Und es war dann so, dass das schon sehr putzig war, weil die Dopingkontrolleure, die mich dort, das waren welche von einer schwedischen Agentur, die mich dort eingespannt hatten, die wussten nicht, dass ich auch hier in der nationalen Anti-Doping-Arbeit, da auch kommissarischer Geschäftsführer der NADA war, im Vorstand war und so weiter. Ich habe mich halt dann so als Dussel da ausgegeben, der von nichts in Ahnung hatte. Das ist ja fies. Das war ganz fies, ja. Aber das Schlimmste war, es war ein sehr, sehr heißer Tag und als Dopingkontrolleur durfte man auch kein Bier trinken. Und ich habe unglaublich viel Wasser getrunken und ich habe sehr viel Pipi machen können, aber der Europameister nicht. Der war halt völlig ausgetrocknet. Also das hatte sich mit der Anti-Doping-Arbeit auf sich. Okay. Und jetzt nochmal zu seiner Frage, lieber getestet werden oder selber testen? Wurden Sie denn schon mal getestet? Sie waren ja auch in der Nationalmannschaft zum Beispiel in den 80ern, ne? Genau, genau. In den 80ern, da gab es allerdings noch nicht so viele Tests, aber ich bin in der Tat, also etwa bei Militärweltmeisterschaften immer getestet worden, Europameisterschaften auch und deutsche Meisterschaften. Also da war es dann so, dass meistens dann die Sieger getestet worden sind. Aber Mario Tevez hat ja noch gefragt, ob ich lieber testen würde oder getestet zu werden. Also ich glaube, lieber testen. Warum? Weil getestet zu werden bedeutet ja so ein bisschen, nicht, dass ich Angst hätte irgendetwas, also jedenfalls keine klassischen Doppelmittel. Ich hatte Mario Tevez übrigens mal gefragt, was denn so ein Altersklassensportler dann bei mir was bringen würde. Und ich habe nun gedacht, er würde mir ja irgendwas nennen, was überhaupt noch nicht bekannt ist auf dem Markt und was mich also zum Veteranweltmeister bringt. Und da hat er nur müde gelächelt und gesagt, bei dir würde schon ein bisschen Testosteron reichen. Okay. Also ja, das war dann etwas ernüchternd. Aber ich deswegen lieber testen als getestet zu werden, weil natürlich getestet zu werden bedeutet, man ist dann auch in einem Testpool. Und das bedeutet, man ist auch dem Stress, dem Training, den Strapazen des Leistungssports ausgesetzt. Und ich muss sagen, ich habe es zehn Jahre lang gemacht und bin froh, dass ich jetzt Vergnügungshobby-Freizeitsportler bin und mich auch gerne für Tests zur Verfügung stelle. Also für Testen, das mache ich gerne. Die Arbeit ist sinnvoll und man hat dann halt auch vergnügliche Abende auf irgendwelchen estnischen Wiesen bis spät in die Nacht, bis zum Aufgehen des Mondes. Vielleicht nochmal kurz zurück zur Forschung. Sie haben am Institut ja nicht nur Regelungen in der Antidopingarbeit evaluiert, sondern evaluieren auch noch Gesetze in ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel haben Sie sich mit der Regulierung des Glücksspiels in Deutschland befasst und den Glücksspielstaatsvertrag, der ja die Rahmenbedingungen für Glücksspiel definiert, wissenschaftlich evaluiert. Da habe ich mich erstmal gefragt, wie hängen denn Glücksspiel und Sport zusammen und welche Bedeutung hat das? Mir kam natürlich direkt der Fall Heutzer damals bei Spielmanipulation in den Sinn. Ich nehme an, das ist auch schon der Bogen, oder? Ja, das ist ein Bogen. Aber wenn man in die Anfänge in Deutschland jetzt mal die Verbindung zwischen Glücksspiel und Sport sich anschaut, dann war schon Ende der 60er Jahre eine Zusatzlotterie eingerichtet worden zu Toto & Lotto, um damals die Olympischen Spiele in München und Kiel zu finanzieren. Da gab es wenig später, 1970, die Gründung der Glücksspirale, die eine Ziehungslotterie war, die nur den Sinn hatte, auch die Olympischen Spiele zu finanzieren und die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land. Also die Finanzierung von Sport aus Einnahmen von Glücksspiel am Anfang, Toto & Lotto, hat also eine lange Tradition in Deutschland. Und dann kamen ja irgendwann Sportwetten dazu. Und da gibt es natürlich dann signifikante Verbindungen, weil der Sport natürlich die Voraussetzungen schafft, damit Sportwetten überhaupt stattfinden können. Aber das Problem, und das haben Sie jetzt ja schon angesprochen, ist, wenn Sportwetten stattfinden, also Spiele auf den Ausgang, den Verlauf der Sportwettkämpfe, natürlich die Manipulationsgefahr groß ist und korruptive Praktiken dort Vorschub geleistet werden. Und das führte dann in dem Holzer-Skandal, also 2005, 2006 dazu, dass der Schiedsrichter Holzer Spiele verpfiffen hat, um zum Beispiel einen Plasma-Bildschirm von kroatischen Wettbetrügern zu vereinnahmen. Und die ganze Sache dann aufflog, Holzer auch verurteilt wurde, strafrechtlich. Der DFB dann 2006 seine Regelwerke konkretisierte, spezifizierte und Anti-Manipulationsvorschriften auch in seine Rechts- und Verfahrensordnung übernahm. Die im Übrigen jetzt auch Gegenstand einer jüngeren Dissertation ist, die in wenigen Monaten zum Abschluss kommt, wo ich diese Anti-Manipulationsvorschriften dann mal habe wissenschaftlich untersuchen lassen. Ich habe jetzt erstmal bewusst zwei Bereiche Ihrer Forschung rausgepickt, wo es darum geht, Bestehendes zu beschreiben, zu bewerten und eben vor allem auch Missstände anzuprangern. In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass Juristen oft dadurch auffallen, dass sie erklären, was nicht geht und wo es Bedenken gibt. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal mit Juristen zusammengearbeitet hat. Sie sagten damals aber auch, dass Sie es tatsächlich eher mögen, aus der Praxis heraus Fragen für die Wissenschaft zu formulieren, um Vorschläge zu erarbeiten, die dann auch wirklich umgesetzt werden können. Können Sie uns vielleicht dafür ein Beispiel nennen, bei dem das auch nach Ihrer Forschung geklappt hat? Also das jüngste Beispiel ist etwa der Entwurf eines Sportfördergesetzes für ein Bundesland in Deutschland, wo ich das Gesetz textlich entworfen habe und Begründung geschrieben habe im Auftrag einer Landesregierung, die mich darum gebeten hatte, einen Entwurf zu machen, wo das in die staatliche Gesetzgebung tatsächlich eingeflossen ist. Aber es gibt viele Vorschläge, etwa im Bereich von Antidiskriminierungsregeln, wo ich Vorschläge erarbeitet habe, die dann noch später in die Regelwerke etwa des Sports übernommen werden. Wir haben einen Antimanipulationscode für den organisierten Sport entworfen, der da auch noch später von der UEFA inkorporiert wurde, von der deutschen Eishockey-Liga in Deutschland übernommen worden ist. Und wir jetzt gerade an einem sogenannten Safe-Sport-Code arbeiten gegen interpersonale Gewalt im Sport, insbesondere sexualisierte Gewalt, der dann in Kooperation mit dem Deutschen Turnerbund, mit der Reiterlichen Vereinigung, zur Optimierung der Regelwerke dienen soll, um dann Vorschriften zu haben, auf deren Grundlage man dann Missbrauch in diesen Verbänden unterbinden kann. Und ich will das nochmal aufgreifen, weil Sie das ja auch eben so pointiert gesagt haben, in der Tat, Juristen sind häufig Spielverderber. Ja, das geht nicht, das geht nicht, das ist problematisch. Insbesondere das Kartellrecht gilt so ein bisschen als Angstgegner der Sportorganisationen, weil die Kartellrechtler dann häufig sagen, ja diese Vorschriften gehen nicht, das geht nicht, das geht nicht. Da sind die Grenzen überschritten, diese Regeln gehen nicht. Aber die eigentliche Frage ist ja, welche Regeln gehen denn und welche Empfehlungen können wir denn aussprechen? Wie können wir denn das Verhalten der Regelunterworfenen besser steuern? Wie können wir denn die sozial erwünschten Verhalten oder umgekehrt die divergenten Verhalten verhindern? Und das sind die eigentlichen Voraussetzungen und an dieser Stelle oder zu diesem Punkt kommen viele gar nicht. Und da beginnt eigentlich bei uns erst die Arbeit. Also dass wir sagen, wie wollen wir die Vorschriften eigentlich konzipieren für die Zukunft, damit sie etwas bringen. Und insofern ist es halt auch zwingend erforderlich, dass wir die Wirksamkeit der Vorschriften evaluieren, dass wir also auch rückblickend gucken, wie entfalten denn die Vorschriften ihre Steuerungskraft und wie können wir sie dann verändern, damit dann mehr Steuerungskraft, weil Regeln, die nichts bringen, sind totes Recht und das brauchen wir eigentlich nicht. Was vielleicht noch ganz gut zum Thema Glücksspiel passt. Sie haben ja gerade ganz aktuell in einem vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförderten Projekt eine rechtssichere Finanzierungsgarantie für den gemeinnützigen Sport aus Glücksspielerträgen erarbeitet. Zu welchem Ergebnis kommen Sie oder wie könnte denn solche Finanzierungsgarantie aussehen? Genau. Hintergrund ist natürlich schon die Überlegung, dass der Sport sehr, sehr viele Wohlfahrtsfunktionen für die Gesellschaft entfaltet. Also biologisch, Regelerlernung, diese Dinge wollen wir insbesondere auch nach Corona unterstützen, wo wir gesagt haben, wir brauchen den Sport, auch diese ganzen sozialen Aspekte, die mit Gemeinschaft, Inklusion, Integration verbunden sind, das unterstützen. Und deswegen braucht der Sport eine nachhaltige Planungssicherheit und die kriegt er nur, wenn er eine hinreichende Ausstattung von öffentlicher Hand gewinnt. Und wir haben gesagt, dass wir, also auch in der Tradition des deutschen Sports, wenn wir uns anschauen, Lotto Toto war immer eine Finanzierungsquelle, in ein Sportfördergesetz oder in das Glücksspielgesetz hineinschreiben, dass eine Mindestausstattung entweder prozentual oder absolut dem Sport aus den Glücksspielerträgen zukommt. Und man könnte etwa an die Zweckabgaben der Lotterien anknüpfen. Eine unmittelbare Anknüpfung an die Sportwetten ist nicht möglich, weil bei Sportwetten nur noch eine Steuer anfällt und die kann nur verwendungsneutral erhoben werden. Das heißt, man kann eine Steuer nicht automatisch dann einem Destinatär, dem Sport, unmittelbar zuweisen. Das geht nicht, verfassungsrechtlich bedenklich. Aber die Sportwettensteuern fließen natürlich in die allgemeinen Haushälte der Länder. Und vor dem Hintergrund, dass der Sport die Voraussetzungen schafft, damit Sportwetten überhaupt stattfinden, haben wir gesagt, ist es auch legitim, dass der Sport auch eine Finanzierungsgarantie erhält, weil er ansonsten nur, ich sag mal, den Aufwand hat, aber keine Gewinne. Und dann noch die Manipulationsrisiken. Und das ist eine Asymmetrie, die wir ein Stück weit beheben wollen, indem wir sagen, man kann anknüpfen an Toto und Lotto, an die Zweckabgaben dort, oder an den allgemeinen Haushalt, in den auch die Steuererträge von Sportwetten einfließen. Also kurzum, eine Finanzierungsgarantie, die gesetzlich verankert ist. Und diese gesetzliche Verankerung führt dann dazu, dass der Sport nicht mehr in jährlichen Haushaltsberatungen darum betteln muss, eine Ausstattung zu bekommen, sondern die dann im Gesetz festgeschrieben ist. Gut, Gesetze kann man ändern, aber dazu braucht man dann wieder die Mehrheiten. Und wenn erst mal ein Gesetz geschaffen wurde, hat das eine gewisse Stabilität, eine Planungssicherheit, Transparenz und löst im Grunde genommen das ein, was die Länder ja unisono bis auf Hamburg alle in ihren Landesverfassungen geschrieben haben, nämlich den Sport fördern zu wollen. Das sind Staatszielbestimmungen. Und wir haben gesagt, die Konkretisierung dieser Staatszielbestimmung wäre dann eine einfach gesetzliche Mindestförderung, die in einem Gesetz konkretisiert wird. Das heißt, der Sport würde dann durch die Sportwetten quasi mitverdienen, um es so zu sagen, was für Dimensionen sind denn das? Das ist richtig viel Geld, oder? Das ist richtig viel Geld. Also in Deutschland gehen wir von fast, also alleine die Umsätze von Sportwetten, das sind fast 10 Milliarden Euro in Deutschland. Milliarden Euro. Milliarden Euro. Milliarden Euro, ja, Milliarden Euro, alleine an Sportwetten. Es ist gigantische Summe. Und die ganzen großen Unternehmen zahlen in Deutschland ja auch auf diese Umsätze steuern. Also das fließt in die Landeshaushalte. Nach dem Königsteiger Schlüssel wird das dann verteilt auf die verschiedenen Länder. Und der gemeinnützige Sport hat davon nichts. Aber wir wissen natürlich, dass es viele Sponsorpartnerschaften gibt zwischen den Sportwettenunternehmen und vor allen Dingen den Profiklubs. Während der traditionelle Partner des gemeinnützigen Sports sind dann die Lotto- und Toto-Unternehmen, vor allen Dingen die staatlichen Unternehmen, die großen Lotterien. Aber diese Erträge, es gibt in einigen Ländern, das muss man sagen, gibt es schon solche Finanzierungsgarantien. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein, in dem neuen Sportfördergesetz, gibt es eine gestaffelte Mindestausstattung, die einerseits anknüpft an Zweckabgaben aus den Lotterien und zum anderen an den allgemeinen Haushalt. Und im Grunde genommen diese Gedanken, die ich jetzt eben gerade formuliert habe, schon ein Stück weit antizipiert hat. Ein weiteres Beispiel, wo Ihre Forschung ganz konkret etwas in der Praxis verändern könnte, ist der Safe-Sport-Code, über den wir ja gerade auch schon kurz gesprochen haben. Den entwickeln Sie ja gerade zusammen mit Ihrer Kollegin Dr. Carolin Bechtel, die hören wir uns später auch noch. Wieso ist ein solcher Code Ihnen so wichtig? Der ist deshalb so wichtig, weil interpersonale Gewalt aus unserer Sicht eine der größten Bedrohungen überhaupt im Sport ist. Und das Ausmaß der Übergriffe in der Vergangenheit ja von einer anderen Kollegin, Bettina Rulos, in vielen Studien auch nachgewiesen wurde und erschreckende Ausmaße hat in der Vergangenheit. Aber es ein offensichtliches Missverhältnis gibt zwischen diesen Bedrohungen, was den Sport und die Sportbeteiligten angeht, auf der einen Seite und den Regeln auf der anderen Seite gibt. Es gibt viele Regeln, die bis in die Verästelungen des Spielgeschehens gehen, aber kaum Regeln, jetzt vielleicht im Werden begriffene Regeln, aber so spezifische Regeln gegen physische, psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt, jedenfalls noch nicht einheitlich in der deutschen Regelgebung angekommen sind. Und dieses Missverhältnis wollen wir aufheben. Wir wollen sagen, wir brauchen Vorschriften, die Geh- und Verbotsnormen sind, Verfahrensbestimmungen sind, Disziplinarmöglichkeiten erlauben, Sanktionsmöglichkeiten erlauben, damit etwa ein Trainer, nehmen wir mal an, der übergriffig geworden ist, in der einen Sportart nicht im nächsten Jahr, also in einer anderen Sportart wieder auftaucht, wenn er dann vielleicht aus einem Verein suspendiert wurde, dass wir also auch sportartenübergreifende, vereinsüberschreitende Sanktionsmöglichkeiten haben, solche Dinge zu verhindern. Sie haben jetzt gerade schon Frau Professorin Bettina Rulofs angesprochen, die im Bereich des Safe-Sports ja definitiv zu den ausgewiesenen Expertinnen in Deutschland gehört. Sie hat durch ihre Studien auch Entscheidungsträgern deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht, damit sich etwas in der Praxis ändert. Und seit kurzem arbeiten Sie zusammen. Und die nächsten zwei Fragen, die kommen auch von Frau Professorin Rulofs. Lieber Martin, hier meldet sich Bettina Rulofs und ich hoffe, es geht dir gerade so richtig gut im Tonstudio an der Sporthochschule. In meiner Arbeit zu Missbrauch und Gewalt im Sport wurde mir ja oft klar, wie viele Fragen hier aus sportrechtlicher Perspektive offen sind. Ab und zu habe ich dann an deine Tür geklopft und stets ein offenes Ohr gefunden. Seit einigen Monaten arbeiten wir nun richtig eng zusammen. Und zwar leiten wir beide gemeinsam die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs im Schwimmsport. Neulich waren wir in diesem Zusammenhang gemeinsam bei einer Tagung zu Missbrauch im DDR-Sport. Und wir saßen bei der Veranstaltung nebeneinander im Publikum und irgendwann hast du dich dann zu mir gedreht und gesagt, ich war noch nie bei einer Tagung, die ich so bemerkenswert finde wie diese hier. Und ich hatte da, als ich im Publikum saß, nicht so richtig Gelegenheit nachzufragen, warum du die Tagung so bemerkenswert gefunden hast. Vielleicht magst du das ja jetzt mal erläutern. Tja, das ist eine gute, eine sehr gute Frage. Ich muss mich in die Situation hineinversetzen, die damals war. Ich glaube, weil mich die Authentizität und die Integrität auch der Person sehr, sehr angesprochen hat. Also es war zum einen im höchsten Maße eindrucksvoll, die Schilderung auch von Betroffenen aus der Betroffenenperspektive und hat mir deutlich gemacht, wie wichtig der Schutz von Betroffenen im Sport ist, also die Abwehr interpersonaler Gewalt. Also wenn man sich so 20 Jahre, 25 Jahre mit Sportrecht befasst und sich in allen Verästelungen auch des Rechtssystems bewegt und über die 50 plus 1 Regel redet und über die Länge von Dopingsperren, dann ist es das eine. Aber wenn man dann sieht, was eigentlich im Zentrum auch wichtig ist, nämlich der Schutz körperlicher Integrität von Leib und Leben, von Gesundheit, von psychischem Wohlbefinden und sieht dann, was Sport, auch Leistungssport mit Athleten gemacht hat in der DDR, das war jetzt DDR-System, aber darüber hinaus natürlich auch in der westlichen Welt überall Übergriffe stattfinden, dann wird einem klar, dass es vielleicht wichtigere Themen geht, als über die zentrale Vermarktung von Fernsehrechten zu sprechen. Also Dinge, die mich dann doch stärker noch berühren und herausfordern, mit denen ich mich so jedenfalls noch nicht befasst habe. Und vielleicht bemerkenswert deshalb noch, weil es jetzt nicht übliche juristische Vorträge waren, die ich hörte. Es waren ja auch soziologische Aspekte, die pädagogische Aspekte, die angesprochen worden sind. Und von daher auch insofern wissenschaftliches Neuland. Und Neuland zu betreten, macht mir in jeder Hinsicht Spaß. Und von daher waren das so Aspekte, die auch dazu geführt haben, zu sagen, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Also es war jetzt nicht so eine dröge Tagung, wo ich dann dachte, ach jetzt wieder so klein, 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 sondern ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema, was mich berührt und auch in wissenschaftlicher Hinsicht ganz neue Herausforderungen bietet. Auch der intervisionären Zusammenarbeit jetzt gerade mit Bettina. Dann hören wir jetzt gerne noch die zweite Frage von ihr. Mit unserer Arbeit in der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Schwimmsport stehen wir zwar noch am Anfang und über die konkreten Inhalte oder Ergebnisse können wir aktuell noch nicht viel sagen. Aber dennoch würde es mich interessieren, was du aus deiner Sicht schon jetzt als wichtiges Learning aus unserer bisherigen Arbeit siehst. Welche Schritte oder Prozesse sind nach deiner Erkenntnis für die Aufarbeitung von Missbrauch und Gewalt im Sport wichtig? Ja, das ist eine gute Frage auch. Ich denke, dass der Prozess, den wir jetzt durchführen, Aufarbeitung, unterschiedliche Dimensionen hat. Er ist darauf gerichtet, dass wir natürlich erstmal tatsächlich erhellen, was passiert ist, wer von wem was wusste, damit wir Strukturen aufdecken und wir erkennen schon gewisse Anfänge der Strukturen, die also interpersonale Gewalt ermöglichen. Das ist ja das Kernziel, dass wir dann auch durch Empfehlungen und Vorschläge in der Zukunft solchen Missständen vorbeugen können. Und das machen wir dann wieder aus unterstattlicher Perspektive, aus soziologischer Perspektive, pädagogischer Perspektive, aber auch dann aus rechtlicher Perspektive, deswegen auch die Zusammenarbeit. Und da haben wir schon gewisse Grunderkenntnisse. Aber, was ich unabhängig davon schon feststelle, ist, die Durchführung des Prozesses an sich, nämlich eine Bildung einer unabhängigen Kommission, die zusammenarbeitet und die mit Betroffenen spricht, mit Beteiligten, mit Zeugen, mit Funktionsträgern, führt ja für sich genommen schon auch zu einer Bewusstseinsbildung. Und diese Bewusstseinsbildung ist viel, viel wichtiger, glaube ich, nachher für das Bewahren der Regeln, die Vermeidung divergenten Verhaltens. Und ich muss sagen, persönlich lerne ich sehr, sehr viel dabei, dass dieser Prozess ganz, ganz wichtig ist. Also ich möchte es mal vergleichen mit einer strafprozessualen Durchsuchung. Wenn nachher bei der strafprozessualen Durchsuchung Beweismittel beschlagnahmt werden, dann kann man darauf nachher vielleicht ein Strafurteil stützen. Aber die Durchsuchung alleine und die strafprozessualen Maßnahmen, wie die wirken und was die für eine, auch ich sage mal, didaktische Kraft entfalten für die Beteiligten, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, wenn man das auch vergleicht, ich habe vor zwei Jahren eine Mediationsausbildung etwa gemacht und im Rahmen der Mediation hat man ganz ähnliche Erfahrungen auch, dass alleine der Prozess der Mediation, wenn Streitbeteiligte zusammenkommen an einen Tisch und sich austauschen und ihre Position darstellen, dass alleine dieser Prozess an sich einen sehr hohen Effekt erzielt. Und das sehe ich auch bei der Aufarbeitung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei der Aufarbeitung uns sehr, sehr viel Zeit nehmen, für die Gespräche sehr ausführlich allen den Raum einräumen, damit wir auch, ich sage mal, Zwischentöne heraushören, um nachhaltig auch das Bewusstsein in die Richtung auch zu schärfen, dass so etwas dann in der Zukunft vermieden wird. Ein anderer ganz großer Bereich Ihrer Forschung ist das Thema Diskriminierung. Da kommt mir direkt der Fußball in den Sinn. Man hat immer wieder sogenannte Fans, die Spieler beleidigen, die den Schiedsrichter angehen. Sie haben ein ganzes Buch zu Diskriminierungsverboten geschrieben. Was waren denn so die krassesten Aussagen, die Sie im Fußball schon zu hören bekommen haben? Ja, ich habe gerade gestern in einer Vorlesung Beispiele aus der Praxis, die auf dem Fußballplatz immer wieder gesagt werden, dargestellt. Also zum Beispiel, fick dich selbst, du dreckiger Jude. Oder wir schicken dich nach Auschwitz zum Vergasen. Oder Affenrufe, uh, 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 geh zurück in den Busch, du Affe, du Bimbo. Das sind übelste diskriminierende rassistische Beleidigungen. Wo ist das vorgekommen beim Fußball, im Amateurbereich oder im Profi? Tatsächlich kann man fast keinen Bereich ausnehmen, auch in einem Spitzenbereich. Wobei, also im Spitzenbereich meine ich jetzt mal internationalen Bereich, aber in allen Landesverbänden, auf allen Ebenen. Aber in der Tat würde ich sagen, auf den niedrigeren Ebenen kommt so etwas natürlich statistisch alleine schon häufiger vor. Und in der, gerade unter der medialen Öffentlichkeit, ist vielleicht die Zurückhaltung größer. Aber es gibt selbst bei Länderspielen Fußballrelegationen, ich denke da nur an ein Spiel Kroatien gegen Island. Das ging um die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Brasilien, wo nach dem Spiel der Spieler Simunic, der Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, mit den Fans, mit den kroatischen Fans gardierte Sadomsbremli, 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 fiel die Heimat bereit. Das ist ein Wahlspruch der Hustascha, einer faschistischen Organisation im Zweiten Weltkrieg gewesen, tausendfachen Mord an Juden, an Zigeunern begangen hat. Und sich damit identifizierte, gleichsam, als wenn er rufen würde, Heil Hitler. Und das sind Dinge, die dann sogar auf der Ebene der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft passierten. Und so etwas kommt immer vor. Also nicht nur Äußerungen, auch Handlungen, Fingerzeigen. Das sind Dinge, die deutlich machen, dass auch auf internationaler Ebene so etwas immer noch passiert. Und Sie haben das Handbuch angesprochen. Es ist ein Buch, was ich für das Bundesministerium des Innern damals, ein Handbuch anhand von Fällen als Grundlage für die Ausbildung der Schiedsrichter in Deutschland geschrieben habe. Und aufgrund dieses Handbuchs dann ja auch Schulungen durchführe. Immer noch im letzten Jahr zum Beispiel beim Berliner Fußballverband, wo wir 30 Schiedsrichter hatten und dann acht Stunden in einem Workshop Fälle durchgegangen sind, um diesen Diskriminierungstatbestand in der Rechts- und Verfahrensordnung anhand von Fällen zu illustrieren. Wenn man jetzt solche rassistischen Äußerungen, Beleidigungen und sowas hört oder mitbekommt, wie kann man hier sportrechtlich vorgehen? Wenn wir das Fall-Säulen-System uns nochmal vor Augen halten. Auf der einen Seite natürlich die sportverwandlichen Regeln haben. Und da haben wir im Fußball den Paragrafen 6 der Rechts- und Verfahrensordnung, beziehungsweise es ist der Paragraf 9, Paragraf 6, Spielmanipulation, Paragraf 9. Also es verbietet, dass man herabwürdigende Äußerungen oder Handlungen in Bezug auf bestimmte Merkmale wie Herkunft, Glaube, Religion, Hautfarbe und so weiter äußert. Und wenn dagegen verstoßen wird, dann das Verbandsgericht dann eine Sperre von mindestens fünf Wochen ausspricht gegen den Spieler oder das können ja auch zum Beispiel Funktionsträger sein oder Betreuer, Trainer, was dann vielleicht sogar noch schwerer wiegt. Also jüngst zum Beispiel hier in Mittelrhein ein Trainer, der nach dem Foul eines dunkelhäutigen Gegenspielers an einem seiner Spieler dann dem Trainer zuruf, legt das Äffchen an die Kette. Also solche Äußerungen, die erkennbar dann auf Diskriminierung gerichtet sind, dass dann eine Funktionssperre ausgesprochen wird. Und da sind wir dann wieder in der ersten Säule des Sportrechts, also wo wir dann Regelwerke haben, die die Grundlage bieten, um Sanktionen auszusprechen. Also das ist das eine, aber unabhängig davon sind solche Äußerungen wie zum Beispiel Schlitzi-Fitschi zu asiatischen Spielern oder Bimbo auch Beleidigungen nach Strafrecht und können auch nach Strafrecht, nach staatlichem Recht natürlich auch gehandelt werden. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, wenn man jetzt diesen Funktionär vier oder den Trainer vier oder fünf Wochen sperrt, das ist doch viel zu gering, oder? Also müsste das nicht eigentlich deutlich höher sein, dass man sagt, er darf in dieser Saison nicht mehr an der Seitenlinie mindestens stehen? Also warum ist das nicht schärfer? Ja, das ist eine Mindestsperre, die angeordnet ist, wobei eine fünfwöchige Mindestsperre schon, also nach den Fußballregeln jedenfalls schon signifikant ist, aber es ist nur eine Mindestsperre. Und das bedeutet, dass natürlich Umstände im Einzelfall berücksichtigt werden können, die zu einer Erhöhung führen können. Und ich sage auch immer in Vorlesungen, was sind denn so die Zumessungserwägungen, die immer bei sportverbandlichen Regeln, genauso im Übrigen wie bei strafrechtlichen Normen, zum Tragen kommen? Und ganz maßgeblich ist der Gedanke der Prävention, das ist praktisch der Urmeter, der Leitgedanke für Strafen. Also was ist eigentlich der Grund, warum wir strafen? Wir wollen Prävention betreiben, also Spezial- und Generalprävention. Wir wollen den Einzelnen von der Begehung solcher Taten in der Zukunft abhalten und auch die Allgemeinheit. Und dann fließen solche Aspekte wie Verhältnismäßigkeit mit ein, die Schuld, die Auswirkungen, die durch die Tat begangen worden sind. Und wenn ein Trainer, der eine erhöhte Verantwortung hat für auch andere Personen, für die Einhaltung der Regeln, so etwas sagt, auch in einer besonders scharfen Art und Weise, gehen wir mal davon aus, es hat auch noch ein größerer Teil von Personen mitbekommen, dann sind das strafschärfende Erwägungen. Und dann macht es auch nichts, wenn der Trainer nachher sagt, er möchte sich in Zukunft irgendwann mal entschuldigen, sondern das sind dann einfach nur, das ist dann einfach nur Vorschub leisten und das Bemühen darum, eine geringe Strafe zu bekommen. Aber von einem ernsthaften Bemühen und von einer Einsicht ist so eine Aussage da nicht geprägt. Und da muss man dann halt auch vielleicht eine schärfere Sperre aussprechen. Man kann ein halbes Jahr oder Jahr von Funktionen dann aussperren. Wobei ich jetzt, ich kenne jetzt diesen konkreten Fall nicht, aber wenn ich jetzt Präsident wäre oder im Vorstand, der würde bei mir nie wieder am Seitenrand stehen zum Beispiel. Das ist ja auch immer noch die Möglichkeit, wird ja hoffentlich auch oft genug gemacht, dass der nie wieder für den Verein an der Seitenlinie stehen darf. Ja, also die Hoffnung habe ich auch, aber ich kenne auch ein Stück weit die Praxis und die Praxis ist dann manchmal etwas nüchterner. Man muss dann schon verblüffend sagen, dass die Verrohung und auch teilweise so eine Unempfindlichkeit für bestimmte Ausdrücke, gerade in der Vergangenheit habe ich den Eindruck, doch wieder zugenommen hat. Also die Begriffe und auch die Kontexte, also auf der einen Seite vielleicht eine gewisse Sensibilität vorhanden ist, aber trotzdem, also ein großer Bedarf jedenfalls ist, auch solchen Diskriminierungen in Zukunft durch Schulungsmaßnahmen dann vorzubeugen. Also ich glaube, wir haben ja schon gemerkt, so ganz trocken, wie man das vielleicht am Anfang dachte, ist es definitiv nicht, ganz im Gegenteil. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass es bei Ihnen in den Lehrveranstaltungen, dass es Ihnen da durchaus ein Anliegen ist, das Sportrecht auch humorvoll und spannend an die Sportstudierenden zu vermitteln. In ihren Vorlesungen gibt es ja zum Beispiel den Fall von Anna Bolika, die mit Claire Muterol gedopt hat oder auch die Französin Anna Nass, die in der Ausländerklausel des DFB einen Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit sieht. Das zeigt, glaube ich, schon, was Ihnen in der Lehre wichtig ist. Vielleicht können Sie das nochmal sagen. Was sind Sie in der Lehre für ein Typ? Ja, also Sie haben jetzt ja die Anna Nass nochmal aufgesprochen. Da sieht man ja auch, dass es nicht so trocken ist, aber ich mich manchmal um Kopf und Kragen natürlich auch rede, wenn ich so in Fahrt bin und mich dann immer aufpassen muss. Also Sie haben gefragt, was mir wichtig ist in der Lehre. In der Lehre, genau. Die, also klingt vielleicht blöd, Leute als Studenten abzuholen, wo sie sind oder mitzunehmen, zu interessieren. Also ein Stück weit eine Begeisterung zu entfalten, Motivation, dass man sich Fragen stellt. Antworten hat man immer schnell, aber das Spannende bei der Wissenschaft sind eigentlich die Fragen. Und wenn man merkt, dass Studierende nach einer Veranstaltung mehr Fragen haben als Antworten, dann hat man alles erreicht. Und wenn man in die Gesichter guckt und wenn man so ein leichtes Funkeln sieht und gepaart mit einem Schmunzeln oder mit einem Schrecken, wenn man also in Gesichtsausdrücken auch sieht, da passiert irgendetwas in dem Kopf, also zwischen den Ohren, dann hat man etwas erreicht. Und das Schönste ist eigentlich immer, wenn so eine Verbindung besteht zwischen den Studierenden und mir. Also wenn ich merke, ich lasse mich auch gerne mitreißen von Aussagen, die auch manchmal vielleicht völlig neben der Kappe liegen, aber mich dann wieder auf ganz andere Gedanken bringen. Und es entwickelt sich etwas in einer Veranstaltung, was vielleicht auch gar nicht so vorhergesehen war, dass man auf Abwege kommt, aber dann auch wiederum natürlich den Weg auf die Hauptspur findet, in der Bahn bleibt. Das ist eigentlich das Spannende, auch die Unberechenbarkeit des Ausgangs einer Lehrveranstaltung. Das ist das Schöne an der Lehre. Das kommt auf jeden Fall super an bei Ihnen. Also wir haben ja mit einigen Studierenden extra gesprochen hier in der Vorbereitung. Und besonders engagierten Studierenden geben Sie auch immer wieder die Chance, zum Beispiel sich als studentische Mitarbeitende bei Ihnen am Institut einzubringen. Und dazu hat uns eine Nachricht von Ihrem ehemaligen Mitarbeiter Julian Färber erreicht. Hören wir mal rein. Also wenn mich mal jemand fragen würde, wie ich Martin Nolte in drei Worten beschreiben würde, dann würde ich sagen, Genie im Chaos. Also ich habe wirklich selten jemanden kennengelernt, der so wahnsinnig intelligent ist, so gut unterwegs ist in seinem Fachgebiet und das gleichzeitig auch noch komplizierte Themen so eloquent rüberbringt, die ja teilweise auch sehr trocken sind, ist ja ein Rechtsgebiet, aber die so rüberbringt, dass man Bock hat, ihm zuzuhören. Und das habe ich immer sehr, sehr bewundert. Ja und das Chaos, gut, dafür hat er halt ein starkes Team im Hintergrund, das ihm da den Rücken frei hält. Und auch das ist eine große Stärke von Martin, da die passenden Leute sich an die Seite zu stellen. Ja, lieber Martin, und eine Sache würde mich da tatsächlich noch interessieren. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich habe, bevor ich bei dir angefangen habe zu arbeiten im Institut, ein unfassbar, sagen wir, besonderes Referat zum Thema Wasserrecht gehalten. Wir sind sowas von am Thema vorbeigesurft, dass selbst du immer wieder lachen musstest. Da frage ich mich natürlich, wie bist du tatsächlich auf die Idee gekommen, mich nach diesem Referat einzustellen und hast du es jemals bereut? Und du musst ja irgendwas gesehen haben, was eigentlich gar nicht da war. Ja, also in der Tat, also ich sage mal so, dieser Julian, der eben Färber, der zu hören war, der hat ein Referat über Wasserrecht gehalten und seine erste Aussage war, man sieht ja an dem Thema, dass Jura nicht so trocken ist. Und das war er, der das ja geprägt hat. So genau, ihr Humor, oder? Genau, also da war ich erst mal verblüfft und habe geguckt und da ist das eingetreten, was ich gerade über die Lehrveranstaltung im Allgemeinen gesagt habe. Also so ein Effekt, wo man auf einmal merkt, hoppla, jetzt geht es ab. Natürlich, und das ist mir immer ganz wichtig, nicht irgendwo nur irgendwie nur Gimmick und nur irgendwie nur lustig und nur humorvoll und nur ausschließlich eine Schote nach der anderen zu reißen, sondern das Wichtige ist ja immer, dass man sich dann wieder fokussiert, konzentriert, wieder in die Spur kommt. Also beim Orientierungslauf würde man sagen, man kann sich ja mal so im Dickicht verirren, aber man muss dann ja trotzdem wieder den nächsten Posten finden. Und das war bei dem Julian Färber immer der Fall. Er hat sich im Übrigen bei dem Orientierungslauf, über den wir schon gesprochen haben, seinerzeit auch bemüht, den Kurs zu finden, ist dann aber beim Ziel von der anderen Seite des Waldes gekommen und hat sich fürchterlich verlaufen. Und hat aber damals dann auch schon bewiesen, dass man genau das, was man machen kann, man kann sich halt fürchterlich verirren, aber findet dann trotzdem wieder das Ziel. Und so etwas dann zu erkennen bei den Studierenden, das ist irgendwie eine schöne Herausforderung. Und auf diese Weise habe ich dann ja auch meine Mannschaft dann im Laufe der Zeit so zusammengestellt, dass die natürlich auch mit gewissen Kautismen dann am Institut ganz gut umgehen können. Das hat man, glaube ich, auch ganz gut rausgehört aus der Nachricht von Julian Färber. Also die Stimmung am Institut, die ist offenbar sehr gut. Man sagt ja, in Köln ist die Stimmung immer besser als die Lage. Die Lage ist bestimmt auch gut. Aber was ist Ihnen denn bei der Zusammenarbeit mit Ihrem Team wichtig? Ich glaube, genau das, was auch die Lehrveranstaltung auszeichnet. Nämlich eine humorvolle, gute, auch lustige Art auf der einen Seite, die geprägt ist auch von Offenheit, von Transparenz, von Ehrlichkeit, Gradlinigkeit, aber immer die Sache auch auf den Output gezielt. Ergebnisse zu machen über den Verlag, Publikationen, gute Forschungsprojekte durchzuführen, für die Wissenschaft zu arbeiten, Ergebnisse zu generieren und dabei dann beides auf einem möglichst hohen Niveau zu verwirklichen. Also man könnte auch sagen, praktische Konkordanz zwischen dem höchstmöglichen Grad oder nicht höchstmöglichen, sondern möglichst optimalen Grad an Freude an der Wissenschaft, Beschäftigung und auf der anderen Seite aber auch die Ernsthaftigkeit, die dabei ist, was dann manchmal auch natürlich erschreckend schnell wechselt. Wenn man dann auf der einen Seite noch begeistert ist und sich mitreißen lässt, muss man auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder relativ schnell konzentriert bei der Sache sein. Aber das kriegen wir alle immer ganz gut, glaube ich, hin. Also Ihre Institutsstellvertreterin, das ist der Dr. Carolin Bechtel, die sieht das offenbar ganz ähnlich, das hört sich zumindest so an. Jeden Tag in neuer Frischens-Institut und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das ist Martin. Seine Institutsfamilia liegt ihm sehr am Herzen und deshalb gilt, ob Claudio oder Distinto, Hauptsache Austern. Dazu kann ich nur sagen, das Leben verläuft in Spiralen. Penny und Lane oder auch Spencer und Hill würden mir wohl zustimmen und sogar noch einen draufhauen. Su vida es el derecho del deporte. Anyway, je ne regrette rien. Ja, das kann ich jetzt nicht so schön aussprechen. Su vida es el derecho del deporte. Das ist Spanisch. Dein Leben ist das Sportrecht. Wow. Ja, also das Leben verläuft in Spiralen. Das erinnert mich an den Schinkelturm im Jagdschloss Granitz auf Rügen. Das ist auch eine Spirale. Und es gibt viele Spiralen im Übrigen auf Rügen. Auch die Leuchttürme dort haben spiralförmige Treppen und auch der Baumwippelfahrt. Das ist ein schönes Bild, die Spirale. Weil man ja im Kreise geht, aber zumindest aus der ersten Hälfte des Lebens nach oben. Und wenn man oben angekommen ist, so von oben in die Ferne guckt und irgendwann dann auch mal wieder absteigt. Jetzt haben Sie schon gesagt, in die Ferne. Sie sind ja ursprünglich Lübecker und seit 2011 zu uns nach Köln ins Rheinland gekommen. Ist Ihnen das eigentlich schwer gefallen? Nee, oder? Nee. Also zwar deshalb nicht, weil, also ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich bin leid geprüft. Und ich war im Studium im Sparbenland in Tübingen. Ja, und ich meine, da geht man zum Lachen in den Keller. Meine Schwiegereltern kommen daher. Also die sind eigentlich ganz okay. Ja, ja. Nein, ich habe auch noch Freunde dort. Und ich schätze das auch. Aber es stimmt schon so ein bisschen, muss ich sagen. Ich sage mal, ins Rheinland kommt man natürlich leichter rein. Und nun gibt es auch einen Teil meiner Familie, der aus Mönchengladbach stammt. Und von daher ist mir das Rheinland auch nie irgendwie ganz unbekannt gewesen. Man kommt relativ schnell rein. Und ich bin jetzt mittlerweile zwölf Jahre hier, fühle mich auch sehr wohl. Und genieße es aber momentan doch sehr, dass ich mein Elternhaus in Lübeck seit zwei Jahren übernommen habe. Und dort auch diese, ich sage mal, norddeutsche Eintönigkeit und nah an der Ostsee, dass ich das so zur Abwechslung habe. Vor Ihrer Professur hier in Köln waren Sie ja lange an der Uni Kiel beschäftigt. Da haben Sie promoviert und habilitiert. Und damals waren Sie als Staatsrechtler und Verfassungsrechtler in den Rechtswissenschaften unterwegs. Was hat Sie denn darin gereizt, an die Sporthochschule zu kommen? Ja, das ist ein nicht geplanter Weg gewesen. Also man könnte sagen, ohne Kompass und Karte bin ich in die Wissenschaft hineingetapft über die Lehre, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich dann gefragt worden bin, ob ich mich nicht habilitieren wollte nach der Doktorarbeit. Und das war dann im Bereich des öffentlichen Rechts, des Staats- und Europarechts, also relativ bodenständige, grundständige Arbeiten im Bereich der Rechtswissenschaften. Und hab dann auch habilitiert mit einer staats- und europarechtlichen Schrift. Und meine erste Professur auch im Bad Staats- und Europarecht in Rostock gehabt. Ein Lehrstuhl dafür. Hatte aber zwischenzeitlich doch irgendwie gemerkt, naja, es gibt halt vielleicht noch ein bisschen was mehr als ein Verwaltungsakt. Und dann ein Konzept geschrieben über die Einrichtung einer Stiftungsprofessur. Und dieses Konzept damals der Deutschen Telekom angeboten, dem Vorstand, die seinerzeit durch die T-Mobile-Affäre ein Imageproblem hatten. Und Gelder zur Verfügung hatten, um im Bereich Anti-Doping-Arbeit einen Akzent zu setzen. Und zu dem Zeitpunkt hab ich dann mein Konzept denen vorgestellt. Und die gesagt, das ist eine gute Idee. Wir stellen eine Stiftungssumme zur Verfügung, zur Einrichtung einer Stiftungsprofessur, die ich dann auch in Kiel hatte. Und als ich in Kiel dann diese Stiftungsprofessur hatte, hatte mich dann die Deutsche Sporthochschule gefragt, ob ich denn auch nach Köln kommen wolle, eine neu eingerichtete Professur hier dann anzunehmen. Das habe ich dann auch relativ rasch zugesagt. Bei der Recherche bin ich auch auf den spannenden Titel Ihrer Dissertation gestoßen, 1997. Ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab. Die Erholungsfunktion des Waldes. Das müssen Sie erklären, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind. Ja, also Sie haben ja schon ein bisschen was erfahren von dem Orientierungslauf. Und auch dort hat sich ja schon so eine Liebe auf der einen Seite zum Wald und zum Sport verbunden mit einer verwaltungsrechtlichen Herausforderung, diese rechtliche Gemengelage darzustellen zwischen Forst-Waldrecht, Straßenrecht, Naturschutzrecht. Und ich habe damals bei der Erholungsfunktion des Waldes eigentlich einen Aspekt aufgegriffen, der so auch in den Waldgesetzen ausdrücklich verankert ist, aber im Hinterkopf natürlich schon gehabt. Na ja, mich interessiert einfach Erholung auch im Sinne von Sport und gefragt, welche Erholungsvarianten sind denn unter welchen Aspekten erlaubt oder verboten. Und ich habe jetzt gerade die jüngste, die Arbeit ist ja in den 90er Jahren erschienen und ich habe gerade vor zwei Wochen in einem Kuratorium Umwelt, Natur und Sport hier in Deutschland erfahren, dass die Fragestellungen, die aktuell bestehen, im Grunde genommen auch dieselben sind wie vor 25 Jahren. Also da hat sich eigentlich an den Fragestellungen nichts geändert. Bei der Frage, wie Sie zu dem Thema gekommen sind, hilft vielleicht ja jetzt auch die nächste Ton, den wir hören, und zwar von einem Ihrer rechtswissenschaftlichen Kollegen. Lieber Martin, viele Grüße von Christian Tams. Ich sende diese Grüße vom hohen Fan, wo ich gerade einen Spaziergang mache. Und das erscheint mir passend für dich. Denn unter all den Professoren und Wissenschaftlern, die ich kenne, bist du derjenige, der am meisten Zeit an der frischen Luft verbringt. Bei Orientierungsläufen, bei Wanderungen, bei Bergwanderungen, bei Radtouren. Ich denke, das ist es, was dir Klarheit und Orientierung gibt. Und vielleicht ist das ja wirklich die Besonderheit, die dich herausstechen lässt aus der Masse der manchmal grauen Forscherexistenzen und der im juristischen Bereich bibliotheksorientierten Professoren. Alles Gute, dein Christian. Ja, also zu Christian könnte ich natürlich vieles sagen. Ich glaube, er ist der gescheiteste Rechtswissenschaftler, den ich kenne. Er ist aktuell Professor in Lassobon, war aber auch Professor schon in Glasgow. Und mit ihm gehe ich im Übrigen selbst sehr gerne wandern. Aber ganz so bodenständig im Harz, dass wir mal so drei Tage Anfang Januar dann durch den Harz schlendern. Aber auch wieder zackig. Also schlendern ist vielleicht falsch. Also freudig auf der einen Seite, aber auch wieder zielorientiert. Also Christian, wenn er vom hohen Fan jetzt gegrüßt hat, zeigt das ja auch, dass er ebenso naturinteressiert ist. Auch sehr gerne segelt im Übrigen. Ich habe noch sagen lassen, dass Ihre Mutter, die selber auch Orientierungsläuferin war, sie ganz früh schon für diese Sportart begeistert hat. Sie zum Beispiel mitgenommen hat auf Reisen, zu Weltmeisterschaften und so weiter. Ist denn auf diesen Reisen auch dann Ihr Interesse für Sportrecht entstanden? Christian Tams hat es ja auch schon schön erläutert, Sportrecht und Orientierungslauf. Das passt gut zusammen, oder? Ja, das passt wunderbar zusammen. Ich meine, man könnte auch sagen, ein Orientierungslauf durch die Wissenschaft. Und bei meiner Mutter ist es halt so, dass sie, ich glaube, die Liebe zur Natur und zum Sport, zur Bewegung bei mir geweckt hat. Während mein Vater derjenige war, der, glaube ich, eher den rechtswissenschaftlichen Part bei mir so eingepflanzt hat. Aber beide Elternteile doch ziemlich ordnungsliebend waren. Und da haben wir einen gewissen Widerspruch. Wenn wir die Natur sehen und den Wahnsinn und auch vielleicht die Nichtordnung auf der einen Seite. Und dann aber auch die Ordnung, das planmäßige durch den Wald laufen, bestimmte Ziele zu erreichen. Dann ist das vielleicht auch die Spannung, die den Orientierungslauf so auszeichnet. Und in der Tat, sie sagen, meine Mutter hat so die Liebe beim Orientierungslauf entdeckt. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich mit sechs Jahren an der Hand meiner Mutter durch meterhohe Brennnesselfelder gewandert bin. Also da war die Liebe zum Orientierungslauf noch nicht so richtig entfacht. Und ich habe da auch schon mal ein halbes Jahr gar keinen Orientierungslauf mehr gemacht. Aber wenn ich mir überlege, wir waren eigentlich in der ganzen Welt. Ich habe meine Mutter ja auch noch bis über ihrem 80. Lebensjahr zu Veteranenweltmeisterschaften begleitet. Das ist schon irgendwie eine sehr schöne Erfahrung, die ich da mitgenommen habe. Wir sind ja schon am Ende der Folge. Da stelle ich meinen Gästen im Podcast eigentlich immer die gleiche Frage. Eine Frage zum wissenschaftlichen Nachwuchs und zur Zukunft. In dieser Folge stelle aber nicht ich diese Frage, sondern das macht ein sehr guter Bekannter von Ihnen. Hallo Martin, hier ist Tissi aus Aachen. Tja, wir haben auf und neben dem Platz ja schon einiges erlebt. Am meisten schätze ich an dir wirklich, dass du jedes Niveau der Welt humormäßig begleiten kannst. Egal ob schäbige Bahnhofskneipe oder vornehmer Opernball. Was mich im Übrigen an dir inspiriert hat, schon ganz früh vor 20 Jahren, waren so Lebensweisheiten wie Wenn du es eilig hast, geh einen Umweg. Das hast du, glaube ich, mal bei einer Vorlesung gesagt in Kiel. Und tatsächlich ist das seit Jahren mein absolutes Lieblingslebensmotto. Und meine Frage wäre jetzt, was ist im Moment oder vielleicht auch seit einiger Zeit dein wichtigstes Lebensmotto? Oder welche Weisheit würdest du den heute 22-Jährigen vor allem mit auf den Weg geben wollen? Also, ich glaube, Zeit zu nehmen, das ist wichtig. Das ist ja im Grunde genommen die Fortsetzung dessen, was man jetzt in diesem Motto auch wiederfindet. Aber dieses Motto, also Zeit zu nehmen, die Ruhe zu haben, sich einfach mal hinzusetzen und einfach mal zu gucken, wie schön und wie toll auch die Welt sein kann, jetzt ohne Zerstörung, ohne Krieg, ohne Auseinandersetzung. Und dass man nicht unbedingt nur das Größte und das Stärkste und das Teuerste haben muss. Sondern wenn man zum Beispiel mal ein Eichhörnchen beobachtet, wie es über Bäume springt oder den Vogel, wenn der singt, mal einfach zuhört. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man sich die Zeit nimmt, ich glaube, dann findet man auch die Ruhe, die man braucht, um gute Wissenschaft zu betreiben und einfach froh und glücklich zu sein. Herr Professor Nold, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Folge 27 von Eine Runde mit. Und für mich war das wieder eine super spannende und auch lustige Folge. Und mir war vorher auch nicht bewusst, wie vielfältig das Sportrecht sein kann. Ich hoffe, euch ging es ähnlich und auch ihr habt was mitgenommen. Wenn ja, freue ich mich über eine positive Bewertung und natürlich auch ein Abo. Und wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, bleibt sportlich. Bis dahin, bleibt sportlich. Bis dahin, bleibt fest. Vielen Dank.